ah ja da war die verbindung unterbrochen weiß ich mich hallo hallo ja live im let's play guten tag also das ist gerade der topkett im hintergrund wer nicht kennt schaut mal vorbei infocord oben rechts wenn ich nicht vergesse und welches let's play let's play minecraft staffel 6 6 6 die güldene 6 aus dem wenzländischen wenzland und jede staffel hat 200 folgen nein jede welt hat sozusagen ihre eigenen zahlen und das ist dann fortlaufend also die staffeln haben bei mir nicht größtenteils was damit zu tun nächste staffel fängt wieder mit völker 1 an das ist dann fortlaufend naja muss man was essen habe ich hier noch ein bisschen eichenholz drin ja das habe ich wie kannst du jetzt nichts essen eichenholz aus mir ein paar stufen mehr stufen nur noch die schaufel aus der hand nehmen das ist ganz wichtig also nicht erschrecken mein lieben zuschauer jetzt wird es gleich laut der chef kommt gleich das chef des treiben landbundes sehr gut sehr gut das ist nicht witzig über seine mitmenschen zu lachen so war es auch nicht ausgemacht stufe du kommst dahin wo ich dir das sage genau sehr gut so hoch bist du raus gehst du wieder raus ist die ist der kater wieder da der karte hat der hat der antrag schön auszustehen der ist hinter mir der sitzt auf dem teppich schaut mir zu wie immer hier kommt doch ein balken rein das gebellt muss sein er wartet doch auf seinen freund stimmt das hast du erzählt so machen wir hier noch mal mein bester freund oder machen wir das noch ein höherer schloppelst du machen rein höher so heißt ihm noch nicht verraten was auf ihn zukommt oder ich weiß nur dass er eine tür einbaut aber mehr weiß ich auch nicht die einbaut mehr weiß ich zuhause ach so ja stimmt die haustür hatte die doch gefehlt oder wie irgendwie eine tür neben dem ofen aha der ofen das ist natürlich seine ist seine riesen baustelle aber wenn du schon mal alle beide hier seiten ja ich wäre sehr interessiert ein andermal aber ein andermal nicht heute es sei denn es ist intern auch weiß nicht also wenn du wenn du die überraschung miterleben willst die wir für zehrern geplant haben ne 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 also heute heute macht das mal ruhig mit zehrern alleine sonst ist ja ja ich sehe es ja dann irgendwann wird es wahrscheinlich auch aufnehmen glaube ich nehme ich an vielleicht eventuell guck mal doch einfach mal wenn ich das auch nicht schlimm da wird er wahrscheinlich von seinen gunsten erzählen was es so schönes vollbracht hat mal schauen ob er davon erzählen wird hm vielleicht hat mir nicht vergessen ja 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 was hast du so am wochenende getrieben und gearbeitet die ganze zeit heute auch ne heute nicht heute habe ich geschlafen schlafen muss auch sein ich mache ja gerade kurs irgendwie auf dem flohmarkt war ich noch es gab es ein schönes ein stift ein stift ein stift der emotionalen wert hat der bei mir zu hause war aber der defekt war und genau derselbe stift gab es da und dann habe ich einen stift für 3,50 Euro gekauft kann man auch mal machen bin natürlich gleich zerlegt und meinen stift der hier den emotionalen wert hat den habe ich repariert und jetzt funktioniert er wieder mein Herz also hast du dir einen stift gekauft um deinen alten stift wieder zu reparieren genau das macht Sinn mhm wie gesagt emotionale werte ist nicht zu bezahlen unbezahlbar ok das war sozusagen von dir aus gesehen die 3,50 wert ja ok auf jeden fall selbst 10 euro wenn es wert gewesen so das glaube ich dir gern also wenn für jemanden was unbezahlbar ist da gibt mir jeden wert aus um das erhalten zu lassen ganz genau mhm richtig das weiß jedes kind und der tomcat und der tomcat genau der weiß das auch so nicht dass es heißt dass ein kind wäre nein 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 wobei vielleicht 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 auch nicht bisschen ne ab und wo vielleicht oder vielleicht auch nicht ich habe jetzt sechs stack diamanten äh nicht diamantens markt oh gott die alle erhandelt mhm weißer ton nach 64 stück zack 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 und dadurch konnte ich natürlich mit den dorfbewohnern schön handeln und in deren gunst stehen ich glaube der sonnenschein ist mich schon weiß hm weiß das mit mir äh nix nix user entered your channel ah guten abend guten abend hallo hallo jetzt sind wir ja vollzählig genau vielleicht sollten wir sogar den channel wechseln ja wenn ihr das möchtet äh channel wechseln wer denn alles mhm alle e3 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 also du tomcat und ich mhm alles klar machen wir mal user was moved out of your channel viel spaß danke user left your channel user was moved out of your channel so das war Ceron jetzt kriege ich 50.000 klicks bis morgen hahaha 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 ja das muss ich irgendwie rausschneiden das wollte ich so nicht sagen jetzt ja das heißt so spaß durch spaß alles gut so äh jetzt kommt ich noch ein balken rein ich mach grad nebenbei das gebellt kannst du gerne mal vorbeischauen das gebellt für nebenbei kann das so anbieten so jetzt wirds ja ein bisschen dunkel klein moment ich mach gleich wieder licht so 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 nicht die zoom taste und so das schaut doch viel besser aus zack zack und hier so gut 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 nicht lieber du liegst ich krieg das hier oben gar nicht mit äh wo ist denn hier runter hier geht es runter dann bis zur nächsten Folge meine lieben Freunde tschau 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 tsch